hallo freunde ist kein sport grüß euch ja wohl es hat ein nächstes unboxing für euch und zwar ja hat mir was bestellt aber ja egal habe ich für wenn ich mal besuch bekomme dann habe ich wenigstens doppelte ausführung deswegen geht's los so da war es auch schon das ist meine adresse drauf und man kann immer hören oder okay das musste ich jetzt nicht aufschneiden das wort ich nur aufziehen sehr interessante verpackung ich habe es seit gestern hier habe ich dazu gekommen ein unboxing auszumachen das mache ich jetzt gibt er gestern auch keinen bock mehr dazu wegen arbeit und so weiter schlaufe moment auch wieder sehr und ihr könnt wahrscheinlich schon sehen ja ja das ist mein zweites hat es also war 815 815 und das ist das 903 aber nicht im blau sondern es sollte in rot sein so habe ich mir ausgesucht bei ebay ja schlicht einfach geile verpackung halt muss ich sagen mit den bildern haben sie schon ein bisschen wenn man so ein bisschen nicht sieht das sieht geil aus gut gemacht ja ich finde es interessant dass sie hier oben haben sie blau verwendet und hier unten das auf einmal das ist es rot so und hinten ist ein blau ab in rot abgebildet also ich sage mal hinten ist ein blau abgebildet und vorne in rot naja da würde ich mal gucken und zwar ausholen das ist doch scheiße geil ist doch in rot genau das wollte ich haben in rot weil ihr kennt ja ihr rot virus ein style weiß rot schwarz und das ist das sollte diesmal sollte das eigentlich leuchten sieht nicht danach aus aber das ist das ja nachfolge modell von dem was ich in blau habe man kennt so lange von mir von dem mikrofon haben ich habe zugenommen weil es einfach geiles headset ist und weil ich sind blau habe jetzt woher ist meine stecker daraus so ausgepackt ist es stecker habe ich jetzt auch befreit ja das ist sehr futuristisch der schutz von usb darauf der knopf ist sehr plastik halte ich man hört es ja sehr sehr plastik halte ich das andere war auch plastik aber das war mehr kunststoff also stabiler hier sieht man hat man ganz anderen außen leise laut machen ich weiß nicht wofür das jetzt ist regen wasser geschützt glaube ich wort das ist gar nicht wenn man was trinken sollte zum anderen gaming das noch nicht drauf ich meine ich hätte immer was gelesen gehabt das spritzwasser geschützt so ja wie gesagt das sieht aus wie mein mit mir das blaue auch mit diesem mit diesem armen es sieht zwar ein bisschen sehr gebraucht aber das ist wegen dem staub den kann man noch weiter nach unten machen das jetzt habe ich jetzt gekauft 25 euro ja immer wieder was neues droht sich geil es sollte angeblich leuchtet beziehungsweise wurde so angezeigt dass es leuchten soll gucke ich auch gerade schon mal ein bisschen nach dann irgendwo eine macke ist ein bisschen dreck dran ist hier zum beispiel habe ich zum beispiel das dreck finger geh weg aus aber ja da ist das leder beschädigt also wahrscheinlich schon irgendwo gebraucht oder so ein ausstellungs ding wenn es aber vom ton her wenn das passt wird es natürlich jetzt beim ersten stream ich hoffe dass ich heute stream werde aber jetzt den samstag wo ich aus das unboxing gemacht habe ja wenn ich dann direkt dann ein wein ja wo ich das aus ja das war es eigentlich für das headset wir wollen nicht erzählen man das könnte euch dann auch ja noch mal das video pausieren und auch die daten drauf halten so das wären dann unter anderem einfach mal ich hatte eigentlich geholt von meinem bruder dass man da mal ihr habt da zum beispiel die daten dann haben wir es dann irgendwo auf ach guck mal das auf deutsch schuldigung aber mach mal klar man braucht nicht unbedingt ein teures kaufen ja das tut es auch es sitzt gut um die ohren kann ich nicht anders sagen und es ist sehr bequem zu tragen sogar noch dazu ja also ich habe jetzt schon viel damit aufgenommen so oft jetzt und finde es einfach mega um halt das leder mal zu schonen hier kann man zwischenzeitlich dann einfach ein bisschen mit entweder wasseline wenn ihr es im hause habt oder halt aber ein bisschen ganz leicht margarine ein bisschen einfetten ja und ein bisschen stehen lassen dann nicht so viel halt sonst habt ihr dann hinterher hätte unten und um die ohren rum immer so so schmierig also ganz leicht und das muss ja nicht viel sein denn ihr wollt der stoff ja nicht rosieren er wollte ja das kunstnäler nicht ruinieren indem wir zu viel darauf klatschen nur so ein bisschen dass es eben ein bisschen wieder geschmeidig werden und mir auch so ein bisschen zu viel darauf hat dann geht er noch mal mit einem ganz normalen tempo drüber und das überschüssige so ein bisschen weg und dann ist gut ansonsten ja aber dafür weil die dinge erst mal neu sind geht das und so gesagt von dem preis 25 euro kann man die meckern 5.1 ich glaube bei dem hier war da zum beispiel das stand sogar noch drauf dass es 7.1 ist das gucke ich gerade 7.1 jahr hier habe ich da steht dann halt so wohl in 7.1 audio decoding chip also das heißt kann es 7.1 wiedergeben wir brauchen natürlich auch eine dementsprechende gute soundkarte die das auch hat und dann habt ihr definitiv nicht nur die akustik sondern auch den wahren erlebnis sound und das ist ja denke ich meine das geilste ever so ja das war jetzt für das unboxing es war jetzt ich halte die unboxing eigentlich immer so 0 auf 15 standard es war jetzt keine produktplatzierung das blaue was ich gemacht habe ist ein bisschen aufwendiger vom videoschnitt her das habe ich mir jetzt bei dem jetzt einfach mal gespart und warum auch ja so ich mache jetzt wochenende vielleicht ein bisschen stream und in dem sinne würde ich sagen wir sehen uns im stream oder so ihr kennt ja gleich stelle gleiche welle das war jetzt euer video und das unboxing auch für zusehen ich hoffe es hat spaß gemacht und würde sagen bis zum nächsten mal